Ja, Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist ja nun schon einiges gesagt worden von meinen beiden Vorrednern, dem stimme ich natürlich vollumfänglich zu und ich werde versuchen, in meiner Rede diese einzelnen Punkte nicht noch einmal zusätzlich zu erwähnen. Wir haben heute eine längst überfällige Debatte hier im Plenum unseres Landtags. Wir reden über das Wahlalter. Einige Bemerkungen dazu erstmal vorab. Wir brauchen, damit eben auch eine Herabsenkung des Wahlalters wirklich sinnvoll greifen kann, wir brauchen mehr politische Bildung. Wir müssen, das wären Konsequenzen dessen, wir müssen Lehrpläne anpassen, wir brauchen mehr Mitbestimmung an Schulen, wir brauchen den Ausbau, Partizipation in allen Lebenslagen von jungen Menschen, wir brauchen auch die altersgerechte Aufbereitung von Informationen. Wir, gerade hier im Landtag, gerade auch die Fraktionen CDU und FDP fordern immer mehr von jungen Menschen. Wir schicken Minderjährige in die Berufsausbildung, wir schicken heutzutage sogar schon Minderjährige ins Studium. Durch die G8-Debatte ist das Ganze noch einmal deutlich verschärft worden. Im Bundestag wird heute zum Beispiel über Minderjährige in der Bundeswehr gesprochen. Darüber reden wir, das ist die Sachlage, aber wir trauen jungen Menschen nicht zu, wählen zu gehen. Ein kleiner Fakt am Rande. Wir reden zwar über die Herabsenkung des Wahlalters faktisch auf 16 Jahre. Im Durchschnitt allerdings ist so ein Erstwähler 20,5 Jahre alt, wenn er das erste Mal an die Wahlurne tritt. Das ist Stand heute. Wenn wir um zwei Jahre runtergehen, ist so ein durchschnittlicher Erstwähler 18,5 Jahre, also sogar immer noch volljährig. Liebe Kolleginnen von CDU und FDP, da gibt es wirklich gar nichts, wovor man Angst haben muss. Es gibt zig Gründe für die Absenkung. Allein, wenn ich nur die positiven Gründe hier erwähne, dann sind die fünf Minuten schon durch. Ich will mich auf zwei, drei, vier noch einmal konzentrieren. Stärkung der parlamentarischen Demokratie ist tatsächlich einer der Punkte. Wir haben eine echte Mitbestimmung für Jugendliche und nicht nur eine modellhafte Mitbestimmung. Wir werten Persönlichkeiten von jungen Menschen dadurch auf. Herr Kollege Körfkes ist da auch vorhin noch einmal darauf eingegangen. Auch ganz wichtig, wir greifen die Belange von Jugendlichen, von jungen Menschen in unseren Parteien auf. Denn wir haben diese Zielgruppe dann plötzlich als potenzielle Wähler und verankern dort Punkte in den Wahlprogrammen. Was spricht gegen eine Herabsenkung des Wahlalters? Ich habe noch mal geguckt, ich habe nicht den Zettel vergessen. Es spricht nichts dagegen. Es gibt nichts. Es wird immer wieder aufgeführt, dass Jugendliche nicht reif genug sein, um mit 16 zu wählen. Das ist Unsinn. Es sind nicht die jungen Menschen, die für den Brexit gestimmt haben. Und es sind auch nicht die jungen Menschen, die einen politischen Geistesfahrer zum amerikanischen Präsidenten machen. Es gibt ganz viel Unterstützung in der Gesellschaft. Bundesjugendring, Landesjugendring, den BDKJ, liebe Kollegen von der CDU zum Beispiel, oder das Deutsche Kinderhilfswerk, die gehen sogar noch weiter. 14 Jahre, sogar Wahlalter ab 0 sind da die Punkte, die im Vordergrund stehen. Wahlalter ab 16 ist ein weiterer Schritt zur Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention. Ein weiterer Schritt. Eigentlich müssten wir tatsächlich ja noch weiter gehen und noch weiter absenken. Es gibt Experten, die halten die jetzige Begrenzung, die wir haben, sogar für verfassungswidrig. Liebe Kollegen von CDU und FDP, ich bin einigermaßen, nein, ich bin sehr überrascht, dass gerade Ihre jugendpolitischen Sprecher, Herr Kollege Tenhumberg und auch Herr Kollege Hafke, die sind nicht hier bei dieser Debatte. Das ist sehr, sehr bemerkenswert. Sie sind es auch, die immer wieder hier das Ranking der Bundesländer aufgreifen und der Landesregierung vorwerfen, sie wieder letzter, vorletzter, was weiß ich nicht irgendwie. Wir haben hier die Chance, beim Wahlalter 16 eben mal nicht letzter zu sein. Vier Bundesländer sind vorangegangen und haben schon entsprechende Regelungen umgesetzt. Lassen Sie uns doch da vorne mitspielen im Bundesvergleich. Kollege Hafke bezeichnet die FDP hier immer als die Partei der Jugendbeteiligung. Wir werden heute Mittag so eine gemeinsame Vereinbarung unterzeichnen. Ich lache und zwar hart. Herr Kollege Lindner ist leider auch nicht im Saal. Warum auch? Was ist denn aus dieser Nummer German Mut geworden? Ist doch German Angst letzten Endes beim Wahlalter? Kollege Tenhumberg, der jugendpolitische Sprecher der CDU-Fraktion, an jeder Stelle sagt er, wie wichtig das ist, junge Menschen zu beteiligen, das Wahlalter herabzusenken und so weiter und so fort. Aber seine Partei, die steht nicht hinter Ihnen. Liebe CDU-Fraktion, entweder weichen Sie dort Ihre Position auf oder Sie fangen bitte Ihren Kollegen Tenhumberg ein. Herr Präsident, ich komme dann auch langsam zum Schluss. Ein Hund noch. Wir haben unseren Antrag zurückgezogen. Das ist eben genau der Punkt. Wir haben gesehen, dass Rot-Grün dort einen guten Vorschlag gemacht hat. Rot-Grün hat den Kompromiss aus der Verfassungskommission aufgegriffen. Das möchten wir hier selbstverständlich unterstützen. Das ist der zustande gekommene Deal aus der Verfassungskommission. Den wollen wir dann hier auch zur Abstimmung stellen und eben das alles vergessen, dass dort Dinge in der Verfassungskommission gegeneinander verhandelt wurden, die einfach nichts miteinander zu tun haben. Wir stimmen ja einfach nur für eine für eine Herabsenkung des Wahlalters. Letzter Satz. Liebe CDU und liebe FDP-Fraktion, wenn Sie sich dann am Ende schon auf Partei- oder Fraktionsebene nicht verständigen können, den Anträgen zuzustimmen, dann darf ich Sie schon jetzt bitten, nach der zweiten Lesung, die wir dann haben werden, vielleicht zumindest die Abstimmung freizugeben und Ihre Kollegen eigenständig entscheiden zu lassen. Vielen Dank.